Guten Morgen! Guten Morgen! Was passiert denn hier? Ich habe mich gestern verbrannt, wie man vielleicht sieht. Jetzt brauche ich die Aftersun von vor vier Jahren. Ist das etwa die türkische Aftersun aus unserem Türkei-Urlaub 2020? Ja, ich weiß nicht, ob die abläuft. Und damit, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier im wunderschönen Gran Canaria. Ja, unser erster Pärchen-Urlaub seit 2020, wo auch diese Aftersun-Lotion herstammt. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen euch heute mal mit. Einen Tag durch unseren Urlaub. Und den nicht genug. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Also eigentlich hast du es dir ausgedacht, dass ich so trainiere wie du, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und du so isst wie ich, was wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird. Freunde, ich habe mich der Herausforderung gestellt. Die ungesündeste High-Fat-Low-Protein-Diät aus ganz Deutschland. Bei Scarlet-Kreis. Ein Tag. Ich gab gestern auch Gemüse. Also es wird wirklich spannend. Scarlet isst weder Obst noch Gemüse. Doch, ich habe gestern einen Luftholge gegessen. Und ernährt sich hauptsächlich von Fettquellen wie Butter und Nutella, die auch gerne mal gelöffelt werden. Also es wird wirklich spannend. Im Gegenzug werden wir hier zusammen hier Beine trainieren, damit die Schenkel auch richtig wachsen. Das sind normale Beine. Natürlich. Was erwartet uns denn beim Frühstück? Was hast du dir heute überlegt? Wahrscheinlich Krebs und Churro. Und Nutella? Wir gucken mal. Und Frühstücks-Vape. Ah, also das machen wir natürlich nicht. Rauchen ist nicht gut. Rauchen ist nicht gut. Rauchen auch nicht. Ich bin im Urlaub. Das machst du auch, wenn du nicht im Urlaub bist. Groß Maul. Schatz, wie sieht es denn aktuell mit deinem Alkoholkonsum aus am Morgen? Ja, der ist sehr tragisch. Man bekommt hier früh nämlich so richtig schöne Sekt-Schalen angeboten und ich muss verzichten. Du musst verzichten? Wie denn das? Wegen Jesus Christus. Das ist doch mal ein guter Grund. In der ollen Fastenzeit muss ich hier auf meine schönen Sekt-Schalen verzichten. Was ist hier passiert, Schatz? Ich bin ganz ehrlich. Ich hatte jetzt so innere Widerstände. Also wir haben jetzt hier Pancakes mit Nutella, ein Croissant, Butter, ein Donut, ein Brötchen und ein Ei. Also ich glaube, mehr Fett als alles andere. Ich esse halt süß zum Frühstück. Und? Leute, dem noch nicht genug. Ihr wisst ja, wie sehr ich Kaffee liebe. Es gibt keinen Kaffee, sondern heiße Schokolade. Die Frage ist, wie das Training gleich laufen wird. Das kann ja nur eine Katastrophe werden. Und du isst jeden Tag so. Nein, ich esse sonst gar kein Frühstück. Deshalb hältst du auch deine Figur. Das dann so frisst die Hälfte. So komm, Schatz, auf geht's. Also ich will dieses Frühstück, diese Teller jetzt hier mal auf 950 Kalorien schätzen mit dem Ei und der heißen Schokolade, die irgendwie auch nur aus flüssigem Nutella besteht. Wir starten jetzt hier mal mit den Pancakes. Normalerweise, wenn ich so Pancakes esse, dann auch mit ein bisschen Obst oder so. Wir haben jetzt hier gar keine Vitamine. Ach, Schatz, du musst dir das bestreichen und dann eine Rolle machen und dann ein Stückchen. Naja. Ich kriege das auch aus meiner DNA nicht raus. Ich könnte so einen Teller mich niemals zusammenstellen. Aber schmeckt doch, oder? Aber es ist nichts Frisches, nichts Gesundes. Oh, Valentin. Du merkst einfach, dass es dem Körper nicht gut tut. Mal am Tag so frühstücken wie ich und jetzt jammer nicht was hier. In diesem Sinne würde ich sagen, vernichten wir jetzt mal den Teller und dann gucken wir mal, ob es noch was gibt. Und wie geht's dir bisher? Ich hätte es nicht gedacht, aber mein Körper stößt das irgendwie so ab. Ich fühle irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch, so kombiniert mit schlechtem Gewissen und krass. Weil im Endeffekt kann ich es selber absolut nicht nachvollziehen. Wenn man so gar keinen Bock hat auf so etwas Frisches, was Gesundes, was der Körper so braucht. Aber jetzt fehlt es mir auf jeden Fall, dich auch schon besser zu verstehen, Schatz. Was, dass ich nichts Frisches brauche. Und dir schmeckt's? Ein schönes Frühstück. Ist halt süß, ja, aber viele Leute essen süß. Deswegen bin ich auch so süß. Also Leute, ich bin jetzt hier auch durch. Wir wollen gleich ins Training gehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr Fett esse, wird es gar nichts. Ich fühle mich jetzt schon irgendwie extrem schlecht. Ich kriege jetzt hier noch meine Hot Chocolate. Ohne Koffein, 60 Gramm Fett und das Reinträgen. Das war auf jeden Fall eine Challenge. Sehen uns gleich. Was war los? Du machst mich wütend. Weißt du, was mich wütend macht? Deine unbesonne Ernährungsweise. Ja, mich macht wütend. Ich habe so ein schönes Kleid an. Ich wollte einmal ein schönes Foto. Die Location ist schön. Mein Kleid ist schön. Und da kommt wirklich nur so richtiger Mist draus. Ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Ich habe weder Koffein-Intus noch Protein. Ich habe nur einen Stein im Magen. Und ich frage mich jetzt, wie dieses Beinträgen laufen soll. Füber dort, oder? Michael gegenüber Brian, der hat zwar eine unglaubliche Rücken-Separation. Mann, du drehst das ja auch überhaupt nicht zu mir. Also Schatz, das Orakel. Wer gewinnt die Arnold Classic? Ich habe überhaupt nicht mitgeguckt bisher. Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen. Ich tippe auf die drei. Brian. Oder vielleicht auch die Nummer eins. Oder Wesley. Ja, er hier, ne? Warte mal. Der so ein bisschen aussieht wie Arnold. Ja, natürlich. Wie Willy Wonka. Also, mir gefällt Wesley hier auch wieder sehr, sehr gut. Der ist halt sehr groß, ne? Ist das schlecht oder gut? Er darf halt viel wiegen, ne? Das ist schon gut. Also, ich finde, Wesley ist halt wirklich so conditioned und er schlägt die anderen halben. Wobei, der hat einen besseren Rücken, ne? Der hat einen unglaublich geilen Rücken mit wem. Aber du musst halt auch die Quarts von vorne sehen. Uwe, es gefällt mir heute auch deutlich besser als in Orlando. Also, da sage ich jetzt mal die Eins, aber die Drei hatten viel besseren Rücken. Das sehe sogar ich. Orakel hat gesprochen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt die Vorwahl noch zu Ende und dann geht's ins Training. So, Schatz, bist du jetzt bereit? Nee, das ist ganz schlimm. Mann. Dann heißt man, wie ich mich mit deiner Ernährung fühle. Nee, ich finde das ganz schlimm. Weil ich habe nicht bewusst, dass wir Sport machen wollen. Und habe keine Sportsachen mit. Und jetzt habe ich diese Windelhose an. Das Gym einfach im Hotel. Was ein Glück, oder Schatz? Ja, und was für ein Zufall. So, hier sind wir noch in unserem Hotel. Jetzt gehen wir einfach hier durch. Und da ist übrigens das Titan Gym. Ich werde jetzt probieren, gerade dort reinzukriegen, beziehungsweise mal zu fragen, ob wir filmen dürfen. Drückt uns mal die Daumen. Aber ich denke, das sollte klar gehen. Also, wir sind jetzt ready fürs Training. Leider ist es nicht erlaubt, mit der Kamera zu filmen. Wir versuchen jetzt hier mal mit iPhone zu filmen. Wir starten jetzt das Training. Übrigens, wir haben uns auch das Trinken vergessen. Hier kann man nur mit Karte zahlen. Da kriegt keine Karte dabei. Perfekt. Also, wir starten jetzt hier mit Wartnähen und Schäden. Die Kleinnustel zuerst. Bei Masen sind das nicht gespastet. Der Drip hier. Also, Schatz, was machen wir jetzt gerade hier? Wir kaufen mir Schuhe, weil ich so nicht trainieren darf. Perfekt. Aber alles fürs Video, Leute. Da seht ihr. Lasst gerne mal Support an der Stelle da. Ich kaufe jetzt meine Frau extra noch Sportschuhe, damit sie mit mir beide trainieren kann. Diese Schwimmschuhe, das haben sie gekostet? Alles für den Leck, ey. 15, 16 Euro. Ich kann nur für diese Schwimmschuhe hier. Alles für meine Frau und nur das Beste. Auch für die Valentin. Für dein Training. Sonst hast du mir noch nie Schuhe gekauft, als ich fürs Training war. Auf geht's, ab geht's. Ja, ich hoffe, das erlauben wir jetzt auch. Scheiße. Das ist die pure Demütigung. Ich war noch nie so hässlich. Scheiße, wenn dieser Flottenkitz schon legendär ist, weiß ich auch nicht. Scheiße. So, zweite Übung nach kurzer Pause ist jetzt der Beinbeuger im Sitzen. Wisst ihr, Hamstrings sind meine Schwachstelle. Das ist gar nichts, gleich noch alles die Schwachstelle. Oh, das ist sehr gefährdet. Wir machen jetzt hier vier Sätze. Acht bis zwölf. Schön zehn Spitzen nach oben. Langsam, nein, nach oben zu dir. Langsam dehnen. Schauen wir hier immer ungefähr, dass das Knie auf Drehachse ist. Skander hat gesagt, ja, zehn Stück hab ich. Bin ich jetzt fertig. Mach so lange, bis hier keine Wiederholung mehr geht. Bis du nur noch zuckst. Skander sagt, sie kann keinen mehr und da gehen dann noch 20 Wiederholungen. Perfekt. Also, so soll es nicht sein, Leute. Soll schon ans Muskelversagen trainieren. Also, nächster Satz, mit mehr Intensität diesmal und Konzentration. Schön Spannung auf dem Bauch. Du kannst dich ruhig nach hinten in den Sitz reinpressen. Richtig ist, schön. Brust raus. Jawohl. Langsam nach oben. Kontrolliert. Weiter, komm. Da geht man. Du baust keine Muskulatur auf, wenn du irgendwie zehn Wiederholungen vorher aufhörst. Komm, komm. Weniger heulen, mehr machen jetzt. Komm, Brust raus. Mehr. Mehr. Komm, bis es nichts mehr geht, komm jetzt. Mach mal einen vernünftigen Satz. Das ist noch viel zu einfach, komm. Komm on. Noch drei Stück, noch drei. Skalit. Ja, da musst du mehr Gewicht machen. Hab ich doch schon. Ja, da siehst du mal, wie lasch du trainierst. Und das ist, glaube ich, so die größte Misskonzeption mit den meisten Liftern jetzt auch, was Skalit eingeschmissen ist. Dann denkt man, trainiert hart und dann gehen plötzlich irgendwie noch acht Wiederholungen und da würden immer noch acht gehen. Ja, und sie will da zehn aufhören und sagt, das ist hart. Ich will halt auch nicht so ein dickes Bein mir hinten noch dran bauen, wie du, oder? Skalit hat schon gerade gesagt, oh, sie schwitzt. Willkommen im Club. Jetzt geht es hier an den Adduktoren sitzen. Die Maschine ist relativ leicht. Wir machen jetzt hier noch zwei Sätze. Was ich ganz gerne, bevor es dann zum Schluss erst an die Leg Press und die Legs vorgeht, es zu ziehen. Hüfte frei zu machen. Also Adduktoren gehen natürlich immer. Wenn der Steck jetzt leicht sein sollte, macht wirklich langsamer Exzentri. Pulser Halt. Das ist ja eigentlich Gelenk. Du musst dann auch ganz raus. Was sagst du, Schatz? Sonnenbrand. Also, 15 und 20 Wiederholungen hier, so einen etwas höheren Wiederholungsbereich. Schön nach außen gehen, schön raus gehen. Du bist auch gelenkig. Du musst mal mehr Dehnung einstellen. Nutzt hier auch wirklich schön die volle Dehnung. Das Stimulus ist dann deutlich besser. Schön raus. Kurze Pause in der Dehnung machen. Komm an. Du musst richtig brennen. Drei. Zwei. Und noch einer. Und noch einer. Jawohl. Das ist doch viel Potenzial, Schatz. Du meine Schweizer Kerl. Also, wir haben uns jetzt hier mal den Hannah Strength Weinstricker rausgesucht. Einen Satz gibt es hier nur. Legen wir uns die Matte rein. Noch ein bisschen mehr Range of Motion zu haben. Wir legen uns hier auch so ein bisschen nach hinten. Ja! Go your tulips in a twist. Hannah Boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But on that money, thank you've got the gist. Go your tulips in a twist. Hannah Boss like communist. Hüfte nach vorne drücken. Hüfte nach vorne drücken. Und oben schön durchstrecken. Komm an. Schön Zehenspitzen nach oben. Komm, Schatz. da geht noch was. Jawohl, schön. Noch drei Stück. Hüfte nach vorne drücken. Schön knühen, über die Fußspitzen schieben. Schön tief. Schön Druck auf den Bauch. Spannung am Krim aufgeben. So, Scala testet jetzt hier. 40 Kilo, also 20 pro Seite. Es wird jetzt ein PR-Versuch. Schön Brust raus. Langsam nach unten und hoch. Jawohl. Ferse bleibt am Pad. Sehr schön. Sehr schön. Du bist sicher. Also die Safety ist da. Komm an. Jawohl. Sehr gut, Schatz. Gute Range of Motion auf jeden Fall für einen Einsteiger hier. Komm, da geht noch was. Du bist safe. Noch zwei Stück. Und noch einer. Und hoch. Jawohl. Wie war's? Ja, schön. Schön soll's sein, ne? Ich würde sagen, ich zeig's gerade dann gleich mal, wie so ein richtiger Satz aussieht. Aber Intensität hat mir hier schon gut gefallen. Sie wollte erst gar nicht machen. Da hat sie gesagt, ey, ich schaffe nur drei Reps. Aber sie hat dann doch irgendwie acht oder neun gemacht. In dem Sinne, ihr werdet euch keine Grenzen. Nur erstmal ausprobieren. Und Bro-Tip. Trainiert einmal als Muskelversagen. Du wisst ja auch, wo Muskelversagen ist. Du müsst es nicht einschätzen. Und dann könnt ihr anfangen mit subjektiven Intensitätsskalen, die RE-R oder so zu arbeiten. Hier, die Blackpress-Fix-Ticken hier ein bisschen anders an als bei uns. Versuchen wir mal was Besseres rauszumachen hier. Und wie war's? Nicht so gut. Schön. Also von der Intensität, ja, aber RE-R.V.Motion mal gefühlt sich scheiße. Sonnenbrand an den Beinen. Mal genug Krummgeheule. Und ich krieg mir das zu betrenscht mal. Alright. Also ich habe die Maschinen hier noch nie gemacht. Wir haben jetzt hier. Hier vom 325er und der 20er. Macht 195. Schauen wir mal, was es wird. Was kommt? Es ist relativ schwer. Aber ich habe jetzt hier auch keine Bandagen. Ich will jetzt hier auch nichts riskieren. Acht, Wiederholung sollte die Sache sein, ne? Bis zum nächsten Mal. Ging ganz gut. Am liebsten hätte ich jetzt hier das Botte gehabt. Noch zwei gemacht, aber haben wir sich das sicher, ne? Also Scarlett wird es jetzt nochmal probieren. Einsatz an der schweren Hexquartier. All in. Weil, wenn man es ernst. Ich glaube Scarlett, wir müssen mal häufig ganz schön zusammen. Nein. Valentin sagt, ich bin zu schwach. Aber ich habe hier halt diese Knochen. Und darauf lieb das. Und das tut mir weh. Ellenbogen vor. Schön. Schulternchen hinten. Post schon raus. Jawohl. Bisschen tiefer. Nicht unten ablegen. Komm. Geht doch schon viel besser. Komm. Wer lachen kann, der kann. Der ist noch nicht ansatzweise angeschränkt. Sehr gut. Komm. Und wer konnte eben nicht mal eine Wiederholung machen? Weil ich da meine Polster noch nicht hatte. Ich habe dir gesagt, ich bin nicht schwach, sondern hab auch meine Knochen gedrückt. So. Durch mit dem Training. Und erste Frage. Fazit. Ich bin froh, dass ich jetzt aus diesen nicht so schönen Sachen raus kann. Scarlett muss auf jeden Fall mehr trainieren. Nein. Oder auch eine powerful, powerful Frau. Ich würde sagen, jetzt gibt es Mittagessen. Eigentlich habe ich jetzt Bock auf... Eine schöne Sektion. Und eigentlich habe ich jetzt Bock auf ein paar Vitamine, beziehungsweise ein bisschen Protein. Aber bei der Frau... Ich kann mich ja von dir inspirieren lassen. Ich muss mich ja von dir inspirieren lassen. Das geht ab heute mal andersrum. Warum so nackt? Ich dachte, eigentlich... What the fuck? Eigentlich ist es andersrum. Dass der Kameramann draußen steht, oder? Eigentlich hättest du klopfen müssen. Hallo, hallo. So. Fertig mit dem Training. Wollte ich dir eine kleine Roomtour zeigen. Ja. Wo wir hier sind. So. Kommen wir hier zu einer kleinen Bar. Wir haben hier auf jeden Fall die Supplementos. Barriere. Isoclear. Kreatin Daily. Dann wollte ich natürlich noch eine Waage mitnehmen. Kleiner Fail. Keine Batterien drin. Das kann ich mir jetzt hier auch sparen. Dann haben wir jetzt hier so eine kleine Bar. So, dann haben wir jetzt hier einen eigentlich ganz anabolen Spiegel. Du filmst gar nicht in den Spiegel. Schatz, wir wollen das Zimmer sehen und nicht hier. Auf jeden Fall haben wir hier so eine kleine Toilette. Dusche, Badewanne, Schränke. Und hier versteckter Fernseher. Bett. Couch. Und einen kleinen, aber feinen Balkon. Also Leute, ich würde sagen, für uns geht es jetzt zum Mittagessen. Scarlett entscheidet. Ich hoffe, es gibt ein paar Proteine für mich. Und ja, dann geht es ein bisschen nach dem Pool. Nachher gibt es noch Abendessen. Mal schauen, was heute noch so anstellt, oder Schatz? Let's go. So, die Ausbeute. Wir haben jetzt hier ein bisschen Lachs. Ist auch die einzige Proteinquelle. Danke auf jeden Fall dafür. Bisschen Reis, Erbsen, hat jeder einen Salat. Kein Fleisch dazu, keine Tomaten dazu. Wir haben jetzt hier nur Mais und Blattsalat. Bisschen Gemüsereis, Zucchini. Da ist auch noch ein Salat. Und dann noch Nachtisch. Sieht gut aus. Ich habe es gerade versucht, Ihnen noch zu überreden, noch ein bisschen Beef oder ein bisschen mehr Protein hier reinzupacken. Aber es war nicht drin. Aber so sind die Regeln. Ich würde es nicht beschweren. Aber ich hätte ein bisschen mehr Protein reingepackt. Und dann muss ich morgen ein bisschen mehr essen. Weil ich habe jetzt echt Hunger. Und das ist jetzt auch nicht so viel. Aber Frau entscheidet. So, Schatz. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen, was über deine Ernährungsgewohnheiten. Achtest du eigentlich auf irgendwas? Protein, Vitamine? Also es tut mir leid, aber nicht so richtig. Also, nee. Eigentlich ein gesundes Essweiten. Du fühlst dich auch nicht irgendwie beeinflusst hier durch mich, oder? Nein. Du kannst essen, was du willst. Und ich auch. So soll es sein. Also, für mich gibt es jetzt hier ein halbes Stück Lachs. Normalerweise so 40 Gramm Protein nach dem Training ist schon nicht schlecht. Ich denke mal, vielleicht habe ich es hier über die Masse dann drin an Essen. Aber auch schon wieder relativ viel Fett. Also, Reis ist auch gut fettig. No Fett in diesem Urlaub schon schwierig. Wir haben den Szenario jetzt noch etwas schwieriger. Aber ich bin schon mal happy. Scarlett mir hier ein paar in Knoblauch und Olivenöl eingelegt und Zucchini gegönnt hat. Was hier nicht vollkommen ohne Vitamine durch den Tag gehen muss. Ich würde sagen, das gönnen wir uns jetzt hier. Schmeckt aber gut. So, es geht, bleib mal hier, es geht zum Abendessen. Hast du Hunger, Schatz? Nein. Nein, Scarlett hat keinen Hunger. Ich habe übelst Hunger. Ich habe mir gefühlt, es war ja doch viele Kalorien, aber wenig Protein. Und das, ich sterbe. Ja, drei Mahlzeiten haben wir hier. Dementsprechend muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich noch ein bisschen satt werde. Hierbei haben wir hier Arnold's, das muss ja authentisch sein. Authentisch ungesund. Schau dir was Schönes aus. Das musst du dann aber auch essen, ne? Bisschen Nudeln, Gemüse. Nudeln und Käse und Fett. Ich esse halt nicht so viel Fleisch. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich extrem Hunger habe. Sag mal, Schatz. Wir gehen dann ja noch mal. Du hast gesagt, ich muss auch Ballaststoffe essen. Also habe ich jetzt hier. Ich verhungere einfach. Ich verhungere. Ich habe schon einen ganzen Tag gemerkt, wie ich extra viel Wasser verloren habe. Warum bestimmt zwei Kilo leichter? Er ist einfach richtig krank. Ich mag mal das Gleiche. Routine, Kohlenhydrate, Fett. Routine. Fazit, folgt dann auf jeden Fall auf dem Hotel zu machen. Teller Nummer zwei. Falt geschafft. Ich glaube, ich muss mir dann davon noch fünf Stück holen. Aber wir haben hier schon den Nachtisch. Was der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Windbeutel. Deshalb ist es gar nicht immer der Rest. Ich esse halt kein Rind. Und du willst halt Rind jetzt essen. Hast du jetzt Pech gehabt? So, hier gibt es jetzt die offene Klasse. Der in der Mitte macht's. Der in der Mitte macht's. Da guckt mein Geschultes auf. Aber dann sieht es auf jeden Fall gestört aus. Ich bin ehrlich, ernährungsmäßig war der Tag heute so ein bisschen für die Katze. Aber ich wollte es gerne mal ausprobieren. Ihr habt es euch ja auch gewünscht. Full of Eating mit Scarlet. Und wenn ihr diese YouTube-Projekte feiert und unterstützen wollt, könnt ihr sehr gerne mit dem Code Valentin auf ESM.com einkaufen. Würde mich ultra freuen, ultra unterstützen. Ihr denkt es vielleicht nicht, aber wir sehen das am Ende des Monats natürlich auch. Und hier so ein YouTube-Video. Macht mir natürlich auch ultra Spaß. Code Valentin. In dem Sinne, wir gönnen uns jetzt hier noch die Vorwahl. Dann melde ich mich nochmal in ein paar abschließenden Worten zum Tag. Also Schatz, jetzt Classic Physik-Sieger-Ehrung. Das Orakel hat gesprochen. Schatz, ich kann mir, ich weiß doch gar nicht, was das sind. So Schatz, wer macht's? Was hab ich vorhin gesagt? Paris, Karositzki. Urs hat einen Dritten gemacht. Also Urs hat einen Dritten gemacht. Schwierig. Man muss natürlich vor Ort sein. Aber bei allem, was ich gesehen habe, sah Urs wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Aber, kann man nichts machen. Aber trotzdem krasse Leistung. Und das ist, glaube ich, immer noch immer wichtiger, dass du im Nachhinein auch wirklich mit der Leistung zufrieden sein kannst. So, Wesley. Wesley hat gewonnen. Ja, ich hab's gleich gesagt. Super Paket. Aber, ja, Fabrine, einmal vor Urs nochmal. In dem Alter, der Typ ist 44 Jahre. Respekt. Ja, zu welcher Stunde, was gar ist, ist natürlich ein Wäsche aufhängen. Ja, das ist ein Zwang von mir. Lass mich doch. Kannst auch mit Ordnung machen. Dann muss ich nicht so viel. Also, ich würde sagen, ich beende das Video hier, da wo es angefangen hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt gerne ein Like. Kommentiert, ob ihr vielleicht noch ein Training mit dieser jungen, sportlichen Wellness-Athletik-Dame sehen wollt. Es reicht, jeder. Es ist gerade in die Wellness-Klasse. Und, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hab Valentin gefragt, ob ich eher Wellness oder Bikini wäre und er meinte, nicht. Wer keine Muskeln hat. Ich habe Muskeln. Die sind nur gut ummantelt. Gut ummantelt. In diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.